Wir sind glücklich angekommen in Cleburne und können jetzt auswählen, wer was macht. Hatten wir eigentlich letztes Mal schon gemacht und es hat sogar so abgespeichert. Wow! Es hat sich gemerkt, wer was machen soll. Hier Treibstoff suchen, die zwei haben auch alle gute Waffen. Ob wir jetzt auch noch gut ausgerüstet sind, ist fraglich. Natürlich sind wir gut ausgerüstet. Das ist perfekt. Und dann können wir auch direkt loslegen. Ort betreten, nah klar, Sammelrisiko 10%. Was ist das? Und wer, du brauchst Scheiße, Mann. Was? So, hinter uns ist wohl unser Auto. So, und jetzt können wir uns wieder hier langsam, lang, latschen. Wir sind ja... Ihr wisst, wo wir sind. Wir sind im Krankenhaus, ja? Was hier ausgewählt wurde, ja? Ich hab den ersten Kommentar in den Chat gelesen. Das war links und zum Krankenhaus sind wir gefahren. Also ziemlich gut gesichert sieht man, ne? Alle leben noch. Ist gar keiner gestorben. Toll. Und ehrlich gesagt... ...hab ich gar keine Lust, irgendwo hier lang zu gehen. In diesem beschissenen Krankenhaus, ey. Hier sind gar bestimmt so viele Zombies. Und schon redet hier jemand. Ja, peace, Bruder. Man sieht sich. Lässt du mich noch rein? Ne. Toll. Okay, also gibt's doch noch Überleben, ne? Es ist noch nicht alles hier im Arsch. Trotzdem habe ich verdammt Schiss, hier lang zu gehen. Weil hier ziemlich viele von diesen Beißern rumliegen. Und die sehen doch nicht so nett aus. Ah, ich geh mal erstmal immer bis zum Ende gehen und dann alles immer schön absuchen. Ein bisschen Licht wäre nett. Was sehen Sie? Was denkst du, ich sehe? Es ist ein fucking Hospital. Ich sehe nix. Da ist die Rezeption, glaube ich, oder irgendwas. Ey, hier gibt's echt gar nix. So, ich guck mich mal ein wenig um. Nix. Einen feuchten Arsch. Nur Leichen. Naja, solange die Leichen nicht aufstehen, ist alles in Ordnung. So. Oh Gott. Okay, war doch nix Interessantes. Ich hatte da was gehört, aber nein, doch nicht. Oh, diese Blätter immer leuchten. Hier gibt's auch nix, noch nicht mal unter den Tischen. Und gar keiner steht auf, um mich zu begrüßen. Was ist das jetzt für ein Geräusch? Gar keins. Oh, keiner steht auf. What the fuck? Alter, hab ich mich erschrocken. Scheiße. Nicht nochmal so eine Action, bitte. Das ist nicht gut für mein Herz. Alter. Darauf war ich echt nicht vorbereitet, Mann. Und die Musik immer, wenn man einen Kackraum betritt. Ey, ich mag sowas gar nicht. Irgendwer Lust aufzustehen? Nein? Sehr gut. Alter. Nix. Einfach mal nix hier. Scheiße. Einfach mal nix. Nur tote Leichen. Ich mag das Krankenhaus nicht. Ich würde hier nicht herkommen. Willst du aufstehen? Da haben wir was. Was ist das? Sammelstück. Na toll. Was soll ich denn mit Sammelstücken? Äh. Endlich einer, der aufsteht. Wenigstens einer. So kann man die auch zum Aufstehen bringen. Das ist gut. Ich muss die dann immer nur kurz anleuchten. So. Weil. Man muss die immer schlagen, bevor die aufstehen. Dann sind die One-Hit. Und das ist auf jeden Fall klar von Vorteil. Da hinten laufen noch ein paar rum. Sehe ich gerade. Da. Da will ich auch gar nicht hin eigentlich. Äh. Gar keiner steht auf? Noch nicht. Aber ich sehe schon. Hier werden auf jeden Fall ein paar aufstehen. Alter, du bringst mich noch um. So. Weg jetzt. Okay. Der hat mich gewirkt und das ist gut. Du wirst mein Freund sein. Oder auch nicht. Der nächste bitte. Ach komm schon. Der nächste. Next. Na los komm her. Noch jemand. Aua. Schon noch einmal. Und da haben wir auch dich. So. Da ist noch jemand aufgestanden. So. Und schon hätten wir alle. Und ich habe irgendwo eigentlich noch was glänzend sehen. Oh. Die sieht aus wie von Left 4 Dead. Zoe. Left 4 Dead 2. So. Perfekt. Irgendwo habe ich doch irgendwas. Eine Glasflasche. Immerhin. Bringt mir eigentlich jetzt auch nicht viel. Aber naja. Okay. Mann alter. Warum triffst du immer als Erste. So. Jetzt nehme ich hier erstmal Versorgung. Irgendwas hier. So. Jetzt Inventar. Und dann nehmen wir wieder unser. Ne. Musste ich gar nicht. Kann ich auch so machen. Ey. Okay. Das war echt fail von mir. Okay. Okay. Das ist echt fail. Da ist wirklich gar nichts. Warum? So. Ich hoffe ihr hört meine Nichte nicht im Hintergrund. Die will nämlich in mein Zimmer. Aber leider. Habe ich zur Zeit. Keine Zeit. Und ich glaube die tritt gleich meine Tür auf. Weil die gerade spielen will. Aber leider habe ich gerade keine Zeit. Ich hoffe das gilt noch unter Rausche Entfernung. Wenn die dort rum schreit. Ich würde die ja reinlassen. Aber ich weiß nicht ob es so gut ist. Ein zweijähriges Kind. Mit in. Ich wechsle den Kanal. Du Appel. Candace. Warten Sie Candace. Es ist keine Funktion. Das Zentralen. Okay. Ich muss mal kurz Pause machen. Wegen meiner Nichte. Jo. So. Kurze Unterbrechung. Ja. Wegen meiner Nichte. Oh mein Gott. Wollt ihr gar nicht wissen. Aber was ich gerade sehe. Ey. Wir haben ein Sammelstück gefunden. Das ist schon mal cool. Du hast Sammels. Ein Arbeitszerum. Das ist warum ich bleibe. Was auch immer es braucht. Was auch immer es braucht. Du hast keine. Ich will. Lieutenant Groves ist mit seinen Männern. Wie wir sprechen. Boah. Guck mal. Das sind so viele Zombies. Alter. Was ist das jetzt? Da geht es weiter. Und da geht es gar nicht hin. Da geht es nicht lang. Aber hier geht es lang. Und jetzt müssen wir aufpassen. Weil jetzt können diese Drecksviecher aufstehen. Boah. Ich habe keinen Bock durch das ganze Krankenhaus hier zu latschen. muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen sind hier dann noch so viele Zombies ganz bestimmt. Überall noch verstreut. Und ich muss hier. Was machst du da auf dem Boden? Warum hat der gekrabbelt? Naja egal. Ja egal. Ich glaube wir gehen einfach mal die Hauptsache suchen. Oder sonst was. Und latschen jetzt nicht. Überall rum. Alter. Ich hasse die Geräusche. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und man kann da sogar reingucken. Das heißt die Tür wird auf jeden Fall rausge... Ach du Scheiße man. Ach du Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Nein. Scheiße. Bleib liegen. Leg dich wieder hin, Mann. Ach du Kacke. Toll, wo bin ich jetzt? Ey, steh bitte nicht auf. Bleib einfach liegen. Tu mir das bitte an. Und lass mich in Ruhe. Ey, Mann. Warum sind hier so viele Zombies? Okay, 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 okay. Pistolen, Munition und noch mehr Pistolen. Ne, Gewehr, Munition. Wow, was ist mal was anderes? Ich weiß nicht, ob es klug war, die zwei Leute hier nach... ...nach Benzin suchen zu lassen, weil ich glaub nicht, dass sie hier irgendwie Benzin finden werden. Aber egal. Da. Ist irgendwie ein Lichtschein? Ach so. Ey, Merle, du bist da? Ja, ich bin da. Ja, ich weiß nicht, ich bin da. Ja, ich weiß nicht, du bist da. Wir haben jemand anderes hier. Vielleicht können sie helfen. Ich muss es schauen. Ja, genau. Ey, ich... Ich soll echt eine Ärztin suchen? Hier? Ich soll hier eine Ärztin suchen, ja? Die sind doch alle hier. Plum, plum, ey. Ich geh hier ganz schnell durch. Da hinten sehe ich nur eins, haben wir aber egal. Okay, perfekt. Da eine Pumpgun. Hier nochmal Pistolen-Munition. Gewehr-Munition. Und zugesperrt. Na toll. Warum kann ich nicht einfach rüber? Mann. Das ist gemein. Jetzt muss ich doch nach deiner hinten. Ich hoffe, er sieht mich nicht. Ich bin ja versteckt hinter einer Couch. Scheiß drauf, Mann. So, kommt schon. Muss ich mich jetzt extra noch frisch hinknien, Mann. Oh, ey. Woher kommt ihr denn alle? Scheiß drauf. So. Okay, jetzt wieder langsam, langsam und ruhig. Da hinten ist wieder einer. Meine Fresse, sind das viele hier. Zwei sogar. Okay. Jetzt kurz mal überlegen. Einen kann ich mindestens von hinten mitnehmen. Okay, oder auch gar nicht. Na, das ist aber egal. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Kurz mal umdrehen. Keiner ist aufgestanden. Perfekt. Oh, nee, ey. Bitte, bitte, bitte. Habt mich nicht bemerkt. Bitte, habt mich nicht bemerkt. Bitte. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Ey, perfekt. Also bis jetzt, Leute. Bleibt alles ganz gut eigentlich. Wir kämpfen uns langsam durch das Krankenhaus durch. Aber ich hasse Krankenhäuser. Ich fahre nie wieder in ein Krankenhaus. Da willst du mich verarschen wieder. Jetzt klopfen die da noch an. Aua. Ach, nee, ey. Danke, 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 dass du mich umarmt hast. Eigentlich wollte ich warten, bis die anderen dort auch noch ankommen. Dort oben. Die da, aber... Wir haben keine Zeit mehr. Okay, die eine kommt doch noch an. Also die eine ist doch noch angekommen hier rechtzeitig. Okay. Das überleben wir locker nicht. Alter, was? Ich hab's noch überlebt. Okay, jetzt aber sicher nicht. Wenn ja... Nein, Leute. Ey, so geil. So geil, Mann. So geil, wir haben's überlebt. Wir haben's überlebt. Ey, komm. Ich hab dich als erster getroffen. Und Tür zu und weiter geht's. Oder auch nicht. Hä, wie geht's denn hier weiter? Oder war ich hier schon? Okay. Ach, da bist du. Und ich hab dich gesugt. Mein Freund. Ich weiß nicht, wo es weiter lang geht. Darum geh ich hier lang. Das ist ein großes Durcheinander, ist das. So. Oh, Mann, ey. Da hinten sind zwei. Und zwar ist das der Weg zum... zur Morgue. Keine Ahnung, was das bedeutet. Nee, weiß ich echt nicht, was das bedeutet. Morgue. Was? Was? Nie im Leben. Nie im Leben. Dahin muss ich nicht. Nee. Dahin muss ich sicher nicht. Ich bin 100 pro falsch. Sag mir bitte, ich bin falsch. Oh, Mann. Ich muss doch da lang. Scheiße. Hab keine Lust. Ich hab keine Lust. Ganz schnell. Hier. Okay, okay. Das wird sogar was. Das wird sogar was. Was? Woher kommen die denn jetzt plötzlich? Woher kommen die denn jetzt plötzlich? Scheiße, Mann. Ich will hier auch nicht mit der Waffe rumballern. Weil dann ziehe ich so viele an. Ich glaube, ich muss mich mal kurz hier verstecken. Alter. Alter. Ich muss da 100 pro lang. Oh, ich hab keinen Plan. Wie? Ihr habt ja selbst gesehen, wie viele dort sind. Wie soll ich denn da lang? Alter. Nee. Nie im Leben. Und warum steht... Nee. Nee. Ich versuch's. Ich versuch's. Ja, Leute. Ich versuch's. Okay. Die gehen überwiegend dahin. Aber nur überwiegend. Ey, die interessiert's ja gar nicht. Die interessiert's wirklich gar nicht. Mann. Was ist überhaupt das Ziel? Wo steht das? Suchen sie die Ärzte. Nee. Das schaff ich nicht. Das tut mir sehr leid, aber nee. Nie im Leben. Wie viel Schuss hab ich? Shotgun hab ich ein wenig. Waffe. 31. Okay, ich weiß, Leute, wie wir das machen. Wir machen das so. Ich baller mich da jetzt durch. Ist mir jetzt egal. Und... Ich seh jetzt schon, dass es einfach nur im großen Karau ändern wird. Guck mal, selber hier sind schon... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Zombies. Und plus die da gezählt... Ne. Das wird nicht gut gehen. Das wird gar nicht gut gehen. Das wird gar nicht gut gehen. Habe ich das schon mal erwähnt? Guck mal, wie viele da sind. Okay, ich geb einen Schuss ab und renn weg. Woher kommst du jetzt? Hä? Und du? Hä? Ey, die spawnen hier die ganze Zeit. Guckt. Das ist ja mal todesungerecht. Das ist Munitionverschwendung hier. Okay. Ey, sag dich doch. Der spawnt wirklich hier. Das ist ungerecht. Das ist ja mal hammerungerecht. Guck, und hinter mir wird ein neuer stehen. Das ist mal hammerungerecht. Und da steht schon der neue. Der unendliche Kampf. Warte. Ey. Was haben wir noch? Nächster haben wir. Boah, jetzt geht weg einfach. Nein! Was? Hammer ungerecht, hammer ungerecht. Das ist so hammer ungerecht. Warum spawnen die hier wie Kacke, Alter? Was? Die spawnen die ganze Zeit hier, Leute. Das geht ja mal gar nicht klappen. Ich habe den Bug 3000 herausgefunden in Walking Dead. Ja, kommt mehr. Tausende von euch. So, ich warte einfach, bis ich jetzt tot bin. Und dabei nehme ich uns zwar noch ganz schön viele in den Tod mit. Ey, das ist ja nett. Na los, isst mich. Risst mich einfach auf. Das ist ungerecht, Mann. Nur so können sie ihn ausschalten. Ja, das ist mir vollkommen klar. Aber ich kann Beißer nicht ausschalten. Wenn sie mir die ganze Zeit spawnen. Okay, Leute. Hier wurden wir gespawnt direkt am Eingang. Das ist natürlich gut. Und hier verabschieden wir uns. Und wir sehen uns im nächsten Part vom Hospital. Naja, bis dann. Ciao. Ciao.